dann widmen wir uns jetzt den beiden nächsten sachen kampf der einsamen klingen da bin ich gespannt hier voran goldener wirbelwind die werden wir auf jeden fall jetzt heute noch machen okay das ist am arsch der welt das werde ich niemals so schaffen oder wir müssen wir müssen ein bündchen fahren er war knapp meistens versuche ich trotzdem obwohl ich weiß dass es nicht funktioniert stürze ab ertrinken und dann nehme ich das boot aber diesmal war es besser das war das war ein riff so dann gucken wir uns das event mal an bestimmt ein club event geile oder was so geile sprüche drauf am red nicht ich mache mit ok das hier ist japanisch oder so ok dieses event kenne ich tatsächlich noch gar nicht gab es das schon mal wenn ja es ist für mich auf jeden fall neu jetzt habe ich das falsche geklickt ok schwierigkeit dann wollen wir gucken dann wollen wir schauen ob das funktioniert hier oder warte mal damals in der summa haben wir glaube ich auch ein schwert kampf gehabt oder ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher oder für mich dass es ales kommen 4 5 nicht ich das ich 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 das ist relativ easy ich verstehe man muss es in der richtigen man muss es in der richtigen machen okay das war nummer eins ich habe es verstanden das war zu früh ja jetzt war er nicht so weit ah shit eine minute wir gucken uns gleich die zeiten waren die wir brauchen wollen wir noch einmal schwer ja jo ja das macht definitiv am meisten schaden das macht definitiv am meisten damage da kannst du mal in meine richtung hauen und okay ich glaube das ist ganz gut gelaufen eine minute zehn ich glaube es war ganz gut so mal haben wir haben wir haben wir haben wir sehr cool duell mit ukubo sei ziamon ziamon warum haben die immer so komische unaussprechliche namen okay okay okay